Zum echten Leben gehört auch Sexualität. Darüber reden wir jetzt. Über Dirty Talk im Freundeskreis, das nervige Nölen der katholischen Kirche in Australien, Sexarbeit, eure Browser-History und über das, was ich in der Sauna mache. Let's go! Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Fangen wir mit einem kleinen Rollenspiel an. Stell dir vor, du chillst im Park, die Sonne scheint und plötzlich knutscht das Pärchen neben dir heftig rum. Ist das unangenehm oder einfach egal? Public Display of Affection, PDA, also öffentlich Zuneigung zeigen, das wird je nach Kultur und wie man drauf ist sehr unterschiedlich angesehen. In Australien sind die Leute laut Umfragen diesbezüglich ziemlich entspannt, die meisten haben also kein Problem damit. Aber Fun Fact, das passiert einfach viel seltener als in Deutschland. Händchen halten, umarmen, knutschen sind kein typischer Anblick, wenn man sich im öffentlichen Raum aufhält. Also mein Praxistipp, als ausländisches Pärchen könnt ihr easy öffentlich rummachen, das ist weder verboten noch meckert jemand. Die Ossis wären auch eh viel zu höflich dafür. Aber ihr fallt halt ein bisschen auf. Wenn ihr mit einem Ossi zusammen seid, dann checkt lieber vorher ab, wie er oder sie zu PDA steht, denn Australien ist manchmal ziemlich prüde, verkrampft, wenn es um Sex geht. Und das bringt mich zum nächsten Thema. In Deutschland ist es ja üblich, dass man unter Freunden und Bekannten auch mal über Sex redet. Ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie adjektivreich seinen letzten Besuch in irgendeinem Fetischclub beschreibt und alle das überhitzte Gesicht-Emoji auf der Stirn geschrieben steht. Aber sexuelle Themen im Allgemeinen. In Australien geht das nicht. Über Sex wird viel weniger gesprochen, schon gar nicht in Gruppen und ganz besonders da nicht, wenn Männer und Frauen beide anwesend sind. Ich hatte neulich mal wieder so eine Situation, wo wir uns hier im Freundeskreis über irgendeinen Kink unterhalten haben. Wir waren alle deutsch, nur eine Australierin war in der Gruppe und der war da so super unangenehm. Ich glaube, die hätte am liebsten auf ihrem Handy die Notruftaste gedrückt. Leider haben wir das alle viel zu spät gemerkt, sehr unhöflich im Nachhinein. Aber irgendwie auch ein bisschen lustig. Kurzer Einschub. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann liked bitte dieses Video und lasst ein Abo da. Dann kann ich mehr Content liefern, der euch hilft oder erheitert. Okay, zurück zum Sex. Ich hatte über meine arme Bekannte geredet, die mit einem zu freizügigen und in ihren Augen wahrscheinlich übergriffigen deutschen Freundeskreis bestraft ist. Meine Erfahrung allgemein, die deutsche Kultur ist, was solche Themen betrifft, viel, viel unbefangener als die angelsächsischen Kulturen, einschließlich der australischen. Woran das liegt? Es gibt viele Gründe, aber einer liegt im Schulsystem und der sexuellen Aufklärung. Und darum geht es jetzt. In Australien haben Jungen- und Mädchenschulen eine lange Tradition. Und auch heute gehen immerhin noch 7% der Schüler auf Schulen, wo man ein bestimmtes Geschlechtsteil haben muss, um mitmachen zu dürfen. Noch signifikanter, 30% der Schulen in Australien sind kirchliche Schulen, vor allem katholische, und 94% der Privatschulen sind in religiöser Hand. Im Ergebnis gehen mehr oder weniger ein Drittel der australischen Schüler auf eine religiöse Schule. Eine absolut wilde Zahl im Vergleich zu Deutschland. Und auch wenn sich religiöse Schulen an die Lehrpläne der öffentlichen Schulen halten müssen, gibt es natürlich vielfältige Wege, das irgendwie zu umgehen oder Themen in den, sagen wir mal, eigenen Wertekompass einzubauen. Letztendlich wurde und wird auf diese Art und Weise sehr vielen jungen Menschen in Australien ein sehr konservativer Ansatz zur Sexualität vermittelt und klassische Rollenbilder werden gefördert. Es gibt auch regelmäßig Skandale, wie zum Beispiel am City Point Christian College in Brisbane, wo Eltern gezwungen werden sollten, einen völlig wacken Vertrag zu unterschreiben, in dem unter anderem Homosexualität mit Verbrechen an Kindern und Tieren gleichgesetzt wurde. Tolle Sache für alle lesbischen, schwulen und anderen queeren Schülerinnen und Schüler dieser Schule, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Im Ergebnis war das natürlich ein Riesenskandal. Die australische Menschenrechtskommission schaltete sich ein, der Direktor wurde entlassen und die Schule musste sich öffentlich entschuldigen. Hätte man nicht vorher wissen können, dass Hate Speech in so einem Dokument von einer Organisation, die auch noch staatliche Fördermittel bekommt, vielleicht keine gute Idee ist? Weiß ich nicht, aber ich hab so eine Ahnung. Und ein weiterer Fall, das war vor einigen Monaten, da gab es so einen völlig abgedrehten Keuschheitsprediger aus den USA, der sollte am St. Joseph's Catholic College in einer Mädchenhighschool in New South Wales einen Vortrag zum Thema sexuelle Enthaltsamkeit halten. Also das kann jetzt schon nicht gut ausgehen. Ich erzähle euch aber, wie es ausgegangen ist. Allgemein aber, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als Teenager hätte ich mal so richtig keinen Bock gehabt, mir von irgendeinem alten Kerl Vorschriften zu meinem Körper, meiner Kleidung oder meiner Sexualität machen zu lassen. Zum Glück war das am Ende sogar den Eltern zu wild und die Schule hat das Event abgesagt. Klar ist aber, in Australien hat besonders die katholische Kirche einen erheblichen Einfluss auf sexuelle Aufklärung und den Wertekanon, mehr als in Deutschland und das hat eben auch schon seit sehr langer Zeit Auswirkungen auf den Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft im Allgemeinen. Das bringt mich jetzt zum wesentlich erbaulicheren Thema, Kings. Ich nehme an, ihr wisst es, aber Kings sind basically die speziellen Vorlieben, die man im Bett hat und die nicht jeder hat. Und das kann von BDSM bis hin zu super ausgefallenen Fetischen eigentlich fast alles sein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was eure Kings sind, dann schaut einfach in eurer Browser-History nach. Kings spielen in der Sex-Landschaft Australiens eine viel geringere Rolle als im lüsternden Europa. Während man in Deutschland in jeder Großstadt an den meisten Wochenenden frei wählen kann, wo und mit wem man sich vergnügt, was man dabei anhat und wem man was reinsteckt, da sind die Optionen in Australien viel geringer. Die Fetisch-Szene ist kleiner, auch in den großen Städten. Ich sag jetzt nicht, dass alle Australier total Vanilla sind und nur S*** haben, wenn das Licht aus ist, so wie es die Kirche gerne hätte. Aber der Durchschnitt liegt auf jeden Fall ein paar Level unter dem von Deutschland. Beste Zusammenfassung, Naughty but Nice als sexueller Standard, frei übersetzt mit Frech aber nett. Das impliziert, gerne ein bisschen kreativ, aber auch nicht zu kreativ. Eher so Ikea-kreativ, wisst ihr. Nicht zu hardcore, nicht zu ausgefallen. Und lustigerweise ist Naughty but Nice auch der Name einer großen Sex-Shop-Kette in Australien. Und ganz diskret heißen solche Läden hier übrigens Adult-Shops, also Erwachsenenläden. Das Wort irgendwo der Öffentlichkeit, das wäre ja schon wieder too European. An dieser Stelle der eigentlich selbstverständliche Disclaimer. Natürlich gibt es in Australien sexuelle Vielfalt und jeder Mensch tickt anders, aber ich erzähle euch ja hier Dinge aus der Makro-Perspektive ausgesoomt. Und wenn ihr irgendwelche Kings habt, werdet ihr sie ja auch ausgelebt bekommen. Ist vielleicht nur etwas mühsamer als in Deutschland. Apropos mühsam. Der Umgang mit nichtsexueller Nacktheit in der Öffentlichkeit macht das Leben manchmal echt umständlich. Ein paar Beispiele. Wenn ich im Fitnessstudio nach dem Training dusche, dann mache ich das so wie all die anderen Australier um mich herum. Das heißt, in der Umkleide gehe ich mit der Unterhose in die Duschkabine und erst da ziehe ich mich dann ganz aus. Nacktheit im allgemeinen Bereich der Umkleide ist nicht gern gesehen. Man versucht hier diskret zu sein, beziehungsweise man könnte es auch als verkrampft bezeichnen. Und meine Partnerin Maren hat mir bestätigt, dass es in der Frauenumkleide ähnlich klemmschwesterlich zugeht. Kein Vergleich zu Deutschland, wo es ja auch Standard ist, in einer Sauna nackt mit anderen Menschen zu sein. Das gibt es hier nie, 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 nie. Und wenn ich den Australiern erzähle, dass man in Deutschland vollständig unbekleidet mit 20 oder 30 Mann oder Frau fröhlich entspannt in einer Sauna sitzt, dann gucken die, als ob ich ihnen gerade einen nicht jugendfreien Erfahrungsbericht von irgendeinem Darkroom-Gangbang erzähle. Hier in Australien gibt es Saunen und Dampfbäder auch, vor allem in Fitnessstudios. Aber man geht mit Badebekleidung, oder? Und eigentlich wird es jetzt zum ersten Mal in diesem Video so richtig versaut, vollständig bekleidet mit seiner normalen Sportkleidung in die Sauna und schwitzt sich dann einen ab. Mhh, das ist schön hygienisch, gell? Und dann nicht mal duschen, sondern so direkt zum Auto gehen, habe ich alles schon beobachtet. Also für deutsche Sauna-Benehmregeln kein Schweiß aufs Holz, da gibt es hier kein Bewusstsein. Hauptsache nicht nackt sein, weil nackt ja im Rahmen dieser ganzen angelsächsischen Prüderie irgendwas mit zu tun hat und daran darf man ja gar nicht mal denken. Noch mehr Beispiele? Sich in der Öffentlichkeit umziehen. Wenn ich nach einem Waldlauf oder einer Fahrradtour zu meinem Auto zurückkehre und ich, weil ich verschwitzt bin, schnell die Klamotten wechseln möchte, dann kann ich das nicht so lässig machen wie in Deutschland. T-Shirt wechseln? Okay. Aber Hose? Würde ich hier schon eher im Auto machen als am Auto, einfach weil man es nicht macht und es halt auf Australier super weird wirkt. Ich habe auch keinen Bock, dass mein Foto in irgendeiner Neighborhood-Watchgroup auf Facebook landet. Das ist wirklich Fame, den keiner braucht. Wie schon oft gesagt, es mangelt einfach an Unbefangenheit. Und das bringt mich auch zum nächsten Thema FKK-Strände. Nennen sich hier Nudist Beaches. Gibt es selten, aber es gibt sie. Wenn das euer Ding ist, informiert euch gut, was die lokalen Regeln sind. Hier in Queensland gab es auch Fälle, wo Leute verhaftet wurden, weil es an dem Strand halt nicht offiziell erlaubt war, sondern nur manchmal toleriert war. Und das Einzige, was schlimmer ist, als im Ausland verhaftet zu werden, das ist es, im Ausland nackt verhaftet zu werden. Dass man sich natürlich auch nicht oben ohne in den Stadtpark legt, das muss ich nicht mehr extra erwähnen. Apropos verhaftet. Kurze Zusammenfassung zum Thema Jugendschutz. In Australien beträgt die Schutzaltersgrenze das Age of Consent, je nach Bundesland 16 oder 17 Jahre. Es liegt also höher als Deutschland. Da ist ja 14 die Grenze. Teilweise gibt es Ausnahmen, wenn beide Partner unterhalb der Grenze liegen. Aber falls ihr noch so jung seid, dass das für euch relevant ist, dann kann man nur empfehlen, diesen Grenzen ernst zu nehmen, um sich nicht ernsthaften Ärger zu machen. Die Realität sieht allerdings ohnehin anders aus. Jugendliche in Australien haben im Schnitt mit 15,1 Jahren ihr erstes Mal. Hinweis an der Stelle für alle Altersgruppen. Genauso wie in Deutschland gibt es in Australien reichlich sexuell übertragbare Krankheiten, sogenannte STIs. Und sich zu schützen ist deswegen essentiell. Und selbst in Australien, da sind 8 Minuten definitiv ein zu kurzer Planungshorizont, um das Kondom wegzulassen. Also schützt euch. Jetzt noch ein ganz anderer Bereich. Arbeit. Deutschland wird ja in den Medien gelegentlich als der Puff Europas bezeichnet, weil sexuelle Dienstleistungen so allgegenwärtig, vielfältig und billig sind. In Australien ist das ganz anders. Und wichtig zu verstehen ist, dass die Regelungen sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden. Föderalismus ist hier allgemein ja noch krasser als in Deutschland. Und in vielen Bereichen des Lebens kocht jedes Bundesland hier sein sehr eigenes Süppchen. In Südaustralien und Westaustralien ist Sexarbeit weitgehend illegal. In den anderen Bundesländern ist sie reguliert und legal, wobei die gesetzlichen Auflagen relativ hoch sind. Rotlichtviertel wie in Europa gibt es hier nicht. Bordelle sind selten. Und irgendwelche Riesenetablissements wie in Deutschland gibt es schon gar nicht. In Queensland spielt sich Sexarbeit überwiegend in so Fake-Massagesalons ab oder in Privatwohnungen. Aber die Entkriminalisierung liegt in manchen Bundesländern noch nicht so lange zurück. Victoria 2022, Queensland 2024. Sodass man davon ausgehen kann, dass sich hier die Landschaft der Branche noch weiter verändern wird. So Leute, wie immer und heute besonders gilt, wenn ihr zu dem einen oder anderen Aspekt dieses Videos mehr wissen möchtet, dann hinterlasst bitte einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.